Die Hochzeitsplanung ist bei Sturm der Liebe in vollem Gange. Jetzt muss nur noch eine Location für die Trauung von Josie und Paul gefunden werden. Da der Leuchtturm ausfällt, machen sie sich alle auf die Suche und Yvonne wird fündig. Sie findet eine traumhafte Wiese, auf der die beiden ihre Hochzeit feiern können. Allerdings gibt es da ein Problem, denn in Paul kommt eine furchtbare Erinnerung zur Wiese hervor. Dort hat er nämlich seiner Romy das Ja-Wort gegeben und anschließend zusehen müssen, wie sie verstirbt. Kann Paul seine Erinnerungen in Schach halten oder läuft alles aus dem Ruder? Zur gleichen Zeit drehen Vanessas Gefühle durch, nachdem sie Carolin mit Leon beobachtet. Ihre Begegnung erzählt sie anschließend Max, der daraus völlig falsche Schlüsse zieht. Er denkt nämlich, Leon und Carolin hätten eine Affäre, weshalb mit Michael Schluss war. Deshalb konfrontiert er Carolin mit seinen Vermutungen. Wie diese reagiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15.10 Uhr in der ARD. liebk Bis zum nächsten Mal.